in diesem mini video geht es um folgendes um den aufbau der stoffe das steht schon da nebenbei hier immer leute schaut hier immer hier oben hin das ist ganz wichtig hier oben erscheinen ständig links da kann man dann gleich gucken wo irgendwas zu finden ist und dann hier überall werde ich zum schluss die links dazu anfertigen das gilt für alle klassenstufen jeder sucht sich das entsprechende raus was nötig ist und deswegen rede ich ja eigentlich auch bloß so ich hoffe die links sind jetzt schon erschienen also müsste klappen ich wünsche viel spaß beim verstehen